Unsere Mannschaft wurde neu eingekleidet. Ich bin ein Typ, man trägt ja nicht oft Anzug und wenn er dann so steif ist und wenn man sich nicht gescheit bewegen kann, dann ist das nicht so cool und das ist bei denen nicht, also es ist wirklich gemütlich zum Tragen und das ist dann im Endeffekt das Wichtigste. Dieses Mal ist dieser Mann zu Gast, denn er feiert am Freitag, dem 13. Dezember seinen 80. Geburtstag. Die Rede ist von Rudi Flögl. Schlafen gehen, nichts trinken oder vor dem Spiel, also vorbereiten, das war ganz, ganz wichtig und ich war halt der Typ und bis heute so Sachen habe ich eingeholt. Wir haben auch weitere sehr, sehr interessante Themen, Koya Kitagawa war zu Gast in einer japanischen Schule in Wien. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich habe immer sehr gerne Sport betrieben, in meiner Freizeit, aber auch in den Schulpausen, dann bin ich in den Hof gegangen, um Fußball zu spielen. Kommender Freitag 19.15 W24, die Rapid Viertelstunde oder auf www.w24.at. Wir freuen uns.